Das ist Vintage Story. Das sieht ein bisschen aus wie Minecraft, ist aber ein bisschen anders. Wow, beste Beschreibung überhaupt. Ich sollte Beschreibungen schreiben. Und das ist unser neues Suchtspiel. Deswegen spiele ich das heute. Also, okay, das Essen ist am Kochen und ich glaube, wir beschäftigen uns mal damit, ein paar Färmchen herzustellen. So, als allererstes machen wir das Ding hier. Das ist halt wirklich so das Anstrengende hier, dass du halt wirklich mit den kleinen Dingern hier arbeiten musst. Aber das macht es halt auch so besonders, ja. Ja, so nun können wir wieder Tivan ärgern. Nein. Ich ärgere ihn ja nicht, ich sag die Wahrheit. Das ist ja kein Ärger, wenn man die Wahrheit sagt, oder? So, dann gehen wir mal auf Kopieren. Ach Gott sei Dank, dass wir das wissen. Ehrlich, sind die nicht alle so viel besser. Oh Gott, ich hab's auch gebraucht. Ich brauch mehr Ton. So. Okay. Wo könnte Ton sein? Das sieht für mich aus, als wäre hier was. Ich glaube, wir gehen mal so hier in die Richtung. Moment mal. Hier, das sieht doch, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Was ist denn das Grüne? Direkt hinter uns. Okay, einmal drehen. Äh, Ton ist da, wo die Musik spricht. Ich, äh, ja. Es ist aber der falsche Ton. Mit dem kann ich leider nichts bauen. Okay. Okay. Ich hab übrigens, äh, ich hab Ton. Mein Gott. So sieht irgendwie das Ton aus. Es ist weiß. So, so. Weiß, ehrlich. Ja, und es ist wieder blauer. Gut. Ähm. Besser als nix. Ja, und wir werden noch sehr, sehr viel Ton brauchen. Zum Basteln. Zuhunen, Brauchskohle. Ja. Dafür muss ich ein Loch buddeln. Äh, äh, Schatz. Was, ist, wie läuft das Loch im Garten? Hast du eigentlich schon so weit, dass ich jetzt, äh, die Kohle herstellen kann? Gut. Oh. Ui, das ist dunkel. Da gehen wir jetzt mal auch nicht rein. So, wir haben ja, äh, reichlich, äh, Kohle. Äh, reichlich, äh, äh, stottert. Das haben wir auch. Moment, ne, das ist alles blau, ne? Ja, das ist alles blau. Schade. Hallo, Hase. Noch lebst du. Genieße es. Okay. Da ist der Händler, das heißt, unser Haus ist da lang. Ohne auf die Map zu gucken, kann ich mich hier perfekt orientieren. Sind erst drei Meter, reicht das nicht. Alles ab. So, jetzt seht ihr, was auch das Spiel so ein bisschen, äh, einzigartig macht. Äh, es war halt diese Bauform, ja. Und, äh, da kann man halt umschalten. Äh, ist nicht immer einfach. Hä? Okay. Äh, so. So, jetzt haben wir ein Tongefieß hergestellt. Jetzt muss das natürlich noch gebrannt werden. Äh, so. Wenn es gerade sowieso am Brennen ist und am Machen ist, dann können wir nämlich auch gleich, äh, düpp, 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 die Pixax, Pixax, Pixax herstellen. Äh, so. Ähm, achso, an die, äh, die das Spiel, äh, sich holen und neu sind, mit F kann man das umschalten. Äh, was für... Also, ich krieg Schaden, weil ich Junge hab. Ähm, mit F kann man das umschalten, welche Sachen man nehmen möchte. Ob man jetzt, äh, 1 möchte, 4 möchte, 3 möchte. Nein, ob man jetzt 1 möchte, 2 mal 2, 3 mal 3. Oder man kann auch Kopieren nehmen. Äh, hatte ich bei dem Ding davor. Das ist, wenn, äh, die alle unterschiedlich sind. Äh, alle gleich sind. Wow. Also, wenn alle Schichten gleich sind. So, super. Der hier ist auch schon fertig. Leider kann ich das nicht essen. So. Das backen wir auch noch. Und die Hasen sind halt auch einfach viel zu schnell. Ich bin nicht so schnell. Hast du gesehen? Zack, war er weg. Wie soll ich denn da hinterher kommen? Haselein, du musst nicht traurig sein. Ich komm mit meinem Speer vorbei. So ein Wildschwein wäre halt nicht schlecht, weil die Wildschweine, die gehen halt einfach vom, 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 vom Dings her. Die laufen, äh, weg, außer wenn du sie haust. Dann wehren die sich halt manchmal so ein bisschen. Aber das ist halt wirklich nicht, äh. Ah, die Füchse. Die Füchse wehren sich, glaube ich, gar nicht. Die sind aber wiederum schneller als die. Nein, nein, nein. Uh. Ah, doch, okay. Die Füchse wehren sich auch. Die Füchse wehren sich auch. Ähm, jup. Ich bin. Die Füte. Die Füte. Ja, was soll ich sagen? Survival-Experte. Survival-Experte. Okay, es hat abgelassen. Kann man ja ein bisschen drücken. Keine gute Idee. Äh, nee, das war, pff. Ja. Ne? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die so aggressiv waren. Ich meine, okay, gut, die waren auch viel, viel schneller tot. In meiner Erinnerung. Liegt vielleicht an dem, ähm, Tötungsgerät, das wir haben. Oh, es gibt viele Tiere. Ähm, es gibt, was heißt, es gibt relativ viele Tiere. Äh, also es gibt, äh, da die Ziegenböcke. Äh, beziehungsweise die Schafsböcke. Die Ziegenböcke und Schafsböcke. Ähm, das sind, äh, äh, der Ersatz für die Schafe, soviel ich verstanden habe. Also es gibt tatsächlich auch eine Tierzucht, äh, die aber nicht so einfach ist. Also da ist nicht so, dass du da vorbeikommst, äh, und jemandem mit ein bisschen Essen anlockst. Ähm, äh, dann gibt es halt, äh, Hasen. Dann, äh, gibt es Wildschweine. Füchse. Und Wölfe. Und bei den Wölfen, äh, gibt es auch nochmal Unterscheidungen. Da gibt es die weißen Wölfe und die schwarzen Wölfe. Und, äh, die weißen Wölfe sind tatsächlich ein bisschen einfacher, habe ich so das Gefühl. Also die schwarzen Wölfe, die sind schon richtig aggressiv und die, ich finde auch, die machen viel, viel mehr Schaden. Und die sind auch viel, viel schneller. Also ich weiß nicht, ich habe bis jetzt immer, ja, die weißen Wölfe, die gingen noch, aber die schwarzen, die sind... Und in der Nacht kommen halt diese, äh, 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 zwei verschiedene Arten von Zombies. Äh, so, hier wächst nichts. Die haben auch schon alles kaputt gemacht. Sehr schön. Ja, diese wundervollen Tiere, äh, die fressen auch dein Hab und Hut, weil sie dich hassen. Ähm, und weil du kein, also, weil ich keine Mauer drunter gebaut habe. Und die sich gedacht haben, äh, haha, ich esse. Und dann ist man vertraut. So, ich. Gut. Äh, so. Äh, dödö. Genau, das, das wollte ich auf jeden Fall noch machen, den Clay Pot. Das ist, äh, ein Kochgefäß, da kann man sich später eintöpfe, leckere, leckere Eintöpfe kochen. Äh, und das ist jetzt, jetzt zeige ich, was ich meinte. Dass man halt die Dinger kopieren kann. Und, äh, so viel, viel leichter diese Dinger hier herstellen kann. Und hier, mit einem F drücken und dann auf Kopieren. Und dann braucht man immer nur gedrückt halten. Und dann baut er die, die, äh, restlichen Dinger von alleine fern. Fern. Ja, und man kann halt jederzeit weggehen. Und wenn man das zu zweit spielt, kann man das sogar zu zweit auffüllen. Ist halt so lustig, wenn man das zu zweit komplett unkoordiniert macht, macht es wirklich was. Oder, Schatz? Ich weiß, dass du dich so wie schweigen kannst, deswegen frage ich dich immer wieder. Äh, so. Ähm. Ja, okay. Man muss nur einmal F drücken, man muss nicht die ganze Zeit gedrückt halten. Pff. Ich schimpfe. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch Teller. Nachdem wir, äh, da unser Ding haben. Das dauert so ewig. Dann werde ich ja alt. So. Okay. Also, äh, wir müssen auf jeden Fall unser kleines, äh, Gründstück ausbauen. Und wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass die Tiere hier an unser Zeug kommen. Äh, weil, äh, so werden wir nie irgendwas zu essen haben. Ich glaube, ich stelle... Oh! Tuh. Hallo? Das ist halt auch so, die Monster verschwinden nicht, ne. Die laufen halt, glaube ich, in die nächste Höhle und warten dort wieder auf die Nacht. Flie, du nahr. Nein. Äh, also das ist halt nicht in, äh, äh, wie in Minecraft, dass die einfach verbrennen und weg sind. Nein, nein, nein. Bleib'n da. Das letzte Messer kaputt, ne, war nicht das letzte Messer. Alles gut. Ach, wir haben da eine Schaufel gefunden. Gut. Gut, dass ich in meine Mental gucke. Ich bin aufmerksam. Ich bin aufmerksam. Sehr aufmerksam. Äh, jo. Äh, wir werden auf jeden Fall... Also ich glaube, es reicht auch jetzt hier mit den Carrots, äh, das, 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 da muss man halt, äh, einfach einen Karotteneintopf machen. Äh, ich werde jetzt gleich erstmal nur mit, äh, Dreck einfach mal, ähm, eine Mauer um unser Hab und Gut ziehen, äh, damit diese rebellischen Hasen und anderes Viehzeug, äh, nicht unser Essen essen. Also mit Viehzeug überhaupt nicht böse bewertet. Ich mag Tiere. So. Solange wir sie nur vier Beine haben. Nein. Oh, ich glaube, mit Spinnen und, äh, Schlangen kann man mich echt jagen. Das wäre dann schon wieder so. Näh. So. Okay. Wir werden die Höhle dann auch so ausgrenzen, damit, äh, die bösen Tombis uns nicht angreifen können. So. Niemand hat davor, eine Mauer zu bauen, aber da steht sie. Äh. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es hier, also ich werde, ja, ja, ne? Ich werde das dann einfach hier so machen, damit ich sie vielleicht aus dem Fenster heraus noch schlagen kann. Das würde mir nämlich sehr viel Spaß machen. Äh, so muss leider in die Falle. Äh, denn bis morgen wieder auch euch allen noch viel Spaß hier am Schauen. Gute Nacht, Scharrock, Schlafgut, Träume, was schönes und vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Also, als nächstes, äh, hab ich ja schon gesagt, dann müssen wir uns jetzt an die Kohle machen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich sehr, sehr viele Bäume und sehr, sehr viel Feuerholz. Und wenn ich sage, sehr, sehr viel, dann meine ich wirklich sehr, sehr viel. Ach, wir haben hier noch das, okay. Das können wir dann natürlich auch noch. Wir haben noch ein bisschen Möhre. Da würde ich auch sagen, die Möhre kochen wir gleich. Einfach, weil wir es gerade können. Und, äh, weil es ja dann, ja, ja, super. Äh, weil es dann auch mehr gibt. So. Äh, da können wir noch ein bisschen Mauer bauen. Ich bin safe. Nein, bin ich nicht. Bin ich überhaupt nicht. Aber, äh, safer als vorher. Noch die Kohle herstellen. Und Kupfer schmelzen. Und ich denke mir, dann machen wir Schluss. Weil das ist ja jetzt, äh, eigentlich nicht mehr, äh, so viel, ja doch, eigentlich schon. Es dauert noch. Aber das ist so wirklich der Punkt, ab dem, äh, dann das Spiel, äh, so richtig losgeht. Weil sobald man das Kupfer einschmelzen kann, kann man die Spitzhacke herstellen. Und sobald man die Spitzhacke hat, geht's dann nach vorne. Weil dann kann man halt auch farmen gehen. Und, ähm, ja. Kann man farmen gehen. Oh, lecker. Noch mehr Zwiebeln. Mh. Mh. Ja, ich würde sagen, bei der Army gibt es wieder leckere Zwiebelsuppe. Oh. Das ist halt auch cool, ne? Diese, äh, Olive-Dinger, das sind, ist grünes, kann man später grünes Glas draus herstellen. Was der Unterschied ist zu weißem Glas, das ist grün. Ja, der war schlecht, es tut mir leid. So. Aber wir können uns gleich nochmal, ähm, äh, zwei Suppen, äh, Löffel gönnen. Äh, ich habe übrigens die Einstellungen, äh, so behalten, wie sie vorgegeben waren. Ähm. Ja. Man kann halt auch runterstellen, dass man halt nicht so viel Essen verliert und so weiter und so fort. Aber ich fand das schön. Weil ich mag's nicht, wenn's so einfach ist und man halt da durchgeht und dann, weiß nicht, eine Zwiebel hat und damit sich das ganze Spiel über, äh, ernährt. Wisst ihr, was ich meine? Es ist zum Beispiel auch so, dass wenn man, ähm, die Erze, die man in der Mine findet, holt, dass man die erstmal, ähm, äh, ja, mit dem Hammer, äh, äh, zerschlagen muss. Damit man halt so das Überschüssige weghaut. Und das ist ja in den meisten Spielen ja auch nicht so. Äh, so, ich würde sagen, wir machen hier unsere wunderschöne, wunderschöne, ähm, ähm, Grube. Ich mach die erstmal doch nur eins tief, weil ansonsten, äh, dauert das so lange. Weil es ist doch nicht so viel Feuerholz wie gedacht. Schade, schade. So. Das werden wir gleich noch brauchen, um die ganze Möhre wieder zuzudecken. Schlaf gut, meine Grube, schlaf gut. So. Das können wir ja alles schon mal zumachen. Weil das nur das hier offen, damit wir hier rein können. Und dann gehen wir in die Hocke und fangen unser Holz zu stapeln. Ich fühle mich gerade irgendwie wie so bei einer Hexenverbrennung. Ich bin aus der Weise mal nicht die Hexe. Sehr schön. Und, äh, jetzt müssen wir die ganze Möhre noch anzünden. Äh. Bzw. nicht mal anzünden. Wir müssen tatsächlich nur, äh, die passenden Sachen dazu tun. Und es fängt von ganz, von alleine an zu brennen. Äh, finde ich auch komisch, aber... Okay. Finde ich okay. So. So. Fuis. So, und das, äh, brennt jetzt, äh, äh, erstmal. Ich weiß nicht, wie lange das brennen muss. Also es muss schon eine Weile brennen. Du böse Hase. Geh ich zu weg von meinem Essen. Ich geh ja auch nicht zu deinem Essen und mach's kaputt. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, man konnte sogar mit fünf schon, also sechs von sieben und so, ab, 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 äh. Was soll das? Ich hab gesehen, was du gemacht hast. Geh weg. Ich hab' den Speer kaputt. Gut, hast du das. Toll, hast du das gemacht. Ich wollte jetzt nochmal gucken, ob sich irgendwas... Ja, es ist fertig, es ist fertig, es ist fertig. So. Die Kohlen. Deswegen gibt's meine Kohlengrube. Darf ich vorstellen? Äh, ne. Super. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, mit was man's abbaut. Das steht halt leider nicht dabei. Aber ich glaub, mit der Axt geht's am schnellsten. Und wenn nicht, dann tut's mir leid, Axt, aber... Mein Gefühl. So. So, sehr schön, sehr, sehr schön. Oh, das freut mich jetzt, dass wir jetzt Kohle haben. Da. Nein, doch. Nein, doch. Entschuldigung. Also, ich muss sie auch noch anzünden. Da, äh, war ja was. Also. Ja. Ja, für den Hammer hat's jetzt erstmal leider nicht gereicht, aber das ist ja kein Problem. Weil, äh, wir werden ja die Spitzhacke bald haben. Und, äh, sobald wir die Spitzhacke haben, äh, testen wir, äh, nochmal aus, ob wir da hinten, wo ich das markiert habe, weil da hab ich, äh, Kupfer gefunden. War halt leider nur ein Kupferfleck. Habe ich mir mit Dreck markiert. Ah, dann können wir schon mal die Spitzhacke bauen. Das ist doch sehr schön. Und, äh, unsere erste Spitzhacke. Ich freu' mir. Äh, so, schnell essen. Und, äh, dann gucken wir auch gleich. Und da ist mein Kochutensil. Ob wir daraus eine leckere Suppe machen können. Ne. Können wir nicht. Schade. Schade, schade, schade. Aber er geht schon davon aus, dass man irgendwelche Wurzeln ist. Ich weiß, bei 5 von 7 kommt, glaube ich, auch schon was raus. Aber wir haben ja ein bisschen was. Wir haben ein bisschen was. Das reicht erstmal, um, äh, zwei Süppchen zu kochen. Und, äh, das ist doch schon viel wert. Ne? Sehr schön. Das Ding ist auch fertig. Und es ist nicht genug. Mir fehlen genau noch 5. Gut. Hätte man vermeiden können, wenn man gerechnet hätte. Aber nein. Ne. Ne, diesmal bin ich nicht so blöde. Ha. Was hast du jetzt davon? So. Komm, eins noch. Eins noch. Solange der Tegel noch heiß ist. Okay. Oh, es ist fertig. Äh, waren unter den Nuggins da dann eigentlich Erze? Äh, was? Äh, wurde gestern aufgehört? Äh, ne. Ich hab noch nicht geguckt. Ich hatte ja noch nicht geschaut. Ich hab ja gesagt, das machen wir dann heute zusammen. Ich mein, läuft ja nie weg. Nicht so, dass ich wüsste. So, ein Nugget haben wir. Äh, wir haben jetzt die ehrenvolle Aufgabe. Ja, okay, komm, machen wir zwei Nuggins. Okay. Okay. So, dann nehmen wir die Suppe wieder runter, tun den Tegel wieder drauf und gönnen uns erstmal eine leckere Zwiebelsuppe. Macht sie heute ja jetzt, äh, hier die Spitzhacke. Genau. Und den Hammer haben wir. Weil ganz ehrlich, ohne Hammer hätten wir auch nicht so viel machen können. Sehr schön. So, und da bin ich ja auch wieder, äh, fast komplett fit. Hahaha. Nein, bin ich nicht. Das war halt wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Perfekt. Jetzt haben wir nämlich wenigstens Werkzeuge. Ah, hier sind noch mehr. Wo wart ihr mein ganzes Leben? Sehr schön. Da hab ich mal wieder überhaupt nicht aufgepasst. Äh, ich werd das Gras auf jeden Fall mal mitnehmen, weil davon kann man, glaub ich, auch nicht genug haben. So, huch. Ich glaube, das dient ja auch zum Essen später für die Tiere. So. Dann, äh, erstmal wieder ein bisschen Gartenarbeit. Oh, ich glaub, das ist die Musik, das jetzt, äh, vorbei ist, oder? So, diese freundliche Musik. Hey. Es ist jetzt alles gut. Geh hinaus. Grabe dich in eine bessere Zukunft. Löse dich von deinem Negativen selbst. Es wird alles gut. Äh, ich hoffe, es kommt hier in der Mitte hin. Hm, ansonsten muss ich es wieder abreißen. Ist ja auch kein Problem. Hier sind ja nur noch zwei. Okay. So, Platz in den Kisten geschaffen. Kissen? Kisten geschaffen. Und jetzt können wir mal uns hier unten einbuddeln, äh, beziehungsweise graben und gucken, äh, ob da was Schönes liegt. Ich glaube, hier war eins. Ja, siehst du? Sind da. Super Tipp. Danke, Rockstar. Ein super Tipp. Also, äh, falls Steine in der Überwelt liegt, das hat nämlich, äh, Rockstar uns gestern erzählt, äh, dass bei ihm da unten drunter dann immer eine Nugget-Ader war. Und, äh, dem ist auch so. Ja. Also, ich hab auch hier, da lag nur ein Stein oben drüber und ein anderer Stein. lag so ein bisschen weiter weg. Und, äh, wir sind, also ich bin ja dann hier runter und, äh, siehe da. Siehe da. Man kann nämlich, also es gibt nämlich tatsächlich eine Funktion, um ganz Steine abzubauen. Äh, weil man die halt nicht irgendwie zusammensetzen kann. So. Hallo, Stein. Ist rein. Okay. Ah, den können wir eigentlich auch befreien. Wenn wir schon dabei sind, hier sowieso alles auszubuddeln. Äh, ja, ja, ich weiß, aber, äh, du kannst zum Beispiel die Mühle nicht, äh, damit bauen. Also, für die Mühle brauchst du ja, äh, vollkommen, also ganze Steine. Und das ist halt der einzige Weg, wie man an diese Steine kommt. Mit dem man sie völlig losgelöst. Ich bin halt am belegen, ob ich, äh, schön oder sinnvoll baue. Schön wäre halt mit einzelnen, äh, Zimmern. Äh, zweckmäßig wäre halt ein großer Raum, äh, mit verschiedenen Stationen. Aber ich glaube, ich baue schön. Weil, äh, beim Survival geht's ja nicht nur ums Überleben, sondern auch ums Leben, ja. Weil es bringt ja nichts zu Überleben, wenn man nicht richtig lebt, ne? Denn kann man doch auch tot sein. Ah, das können wir aber anders machen. Weil wir werden jetzt demnächst, äh, ich, ich habe es im Gespür, ähm, werden jetzt tatsächlich demnächst vielleicht einen Eimer bauen. Und, äh, dann ist wieder alles gut. So. Hammerlein, oh Hammerlein. Und dann müssen wir auch unbedingt losgehen und Essen jagen. Aber wir haben ja... I have a crush. Das funktioniert. Ich habe es, äh, gerade schon versucht. Aber ging nicht. Äh, so. Wir können ja aber schon mal schmelzen, was wir haben. Und, äh, ich, äh, werde weiterhin... ...versuchen, das Problem zu... Okay, Ernst, was hast du für ein Problem mit mir? Du kannst es mir sagen, okay? Oh, ehrlich, ich muss das erst erhitzen und dann... Wir könnten tatsächlich auch unser, äh, anderes Spiel einmal weiterspielen. Hat irgendeiner, äh, der hier anwesenden Einwände? Der soll bitte jetzt sprechen oder für immer schweigen. So wie mal bei unserer Ehe, niemand hat was dagegen. Oder traust du euch nicht aufzustehen? Ähm, aber ich dachte, das ist mir jetzt noch fertig. Nein, 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 nein. So, sehr schön. Sehr schön, jetzt haben wir unsere Form. Äh. So, dann. Ich habe gar nicht reingeguckt, wie viel da jetzt drin ist. Aber ich glaube, es wird genug sein, oder? Nein, das ist tatsächlich nicht genug. Ah, hätte ich die 200... ...hätte es trotzdem nicht gereicht. Okay. Okay, 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 okay. Ähm. Ich würde tatsächlich sagen, äh, wir machen dann den Rest weiter. Ähm. Wenn der Tiva nicht mitspielen kann. Und, äh, hüpfen wir jetzt mal rüber ins andere Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat der kleine Zusammenschnitt vom Livestream gefallen. Wer den ganzen Livestream sehen möchte, Link ist in der Beschreibung. Wer das Spiel kaufen möchte, Link ist in der Beschreibung. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.